Meine lieben Damen und Herren, diese Woche wieder einen geilen Vlog für euch an den Start gebracht. Freunde, wisst Bescheid, wir sind gerade in der Türkei. Wir haben einiges erlebt, Freunde, mitunter Sachen, die ich sonst normalerweise nie mache. Schaut euch das Video ganz an, unendlich geiler Vlog wieder mal für euch geworden. Wir versuchen uns wirklich immer von Woche zu Woche zu übertreffen. Ich hoffe, ihr seht das und ich hoffe einfach, euch gefällt ja und euch macht Spaß, das Video zu schauen. Und was auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, würde mich mega freuen, Freunde, wenn ihr auf Snapchat addet. Ganz viel Content dort von den täglichen Sachen, die wir so machen, Freunde, behind the scenes. Deswegen einfach Manuel Haas adden, ihr wisst Bescheid, Freunde. Und jetzt schnappt euch Popcorn und viel Spaß beim Vlog. So, Friends, wir starten den Abend. Und zwar, ihr wisst Bescheid, Geburtstagskind, Schwarz, trittet heute auf. Ich glaube, Schwarz, du hast heute eine Mission zu vollbringen, oder? Wobei, du hast dich schon vollendet. Freunde, folgende Situation jetzt gerade. Ich habe jetzt seit eineinhalb Jahren Real Rap keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich einfach nicht mehr Fan davon bin, weil ich viel Wert auf Sport, DTC-Läger und so weiter. Ich muss mich heute geschlagen geben. Ich habe ihn gezwungen. Er zwingt mich, Freunde. Das Wichtigste ist immer Ausgeglichenheit und alles mit Maß und Ziel. Ich würde niemandem sagen, ich könnte jede Woche oder sonst irgendwas, aber in meinem Fall ist es jetzt einmal im Jahr oder so. Freunde, Prost, Gott. Ich bin schon geil. Ich habe ihn jetzt überredet in den Schott. Er zwingt mich, Freunde. Er zwingt mich. Ich habe derbe Schiss, eigentlich. Ich habe einmal daran gerochen, das riecht wie ekelhafte Medizin, Digger. Digger, wie kannst du das trinken? Happy Birthday, Julio. Alles Gute, Digger, zu deinem 23. Geburtstag, Bro. Du trinkst jetzt. Zieh durch weiterhin. Ohne Witz, Freunde. George kenne ich jetzt seit eineinhalb Jahren. Verdammt geile Arbeit, die wir zusammen da leisten. Versuchen, das geil für euch zu machen. George, absolute Legende, Freunde. Hau rein, George. Danke dir. Very good. Jetzt check ich es erst. Der Typ bringt uns ja direkt zu einem Stehtisch. Wir haben allein eben dann 3000 Lira für diesen Stehtisch gezahlt. Wussten es aber nicht. Man geht einmal in den Club. Dann war das wirklich die Experience 1 von 10. George geht rechts neben uns zum Tisch, wo so zwei, drei Mädels waren. George redet mit denen so. Irgendwas ganz Normales. Und auf einmal sagt so einer aus dem Exo heraus, du musst zurück zu deinem Tisch, dass dein Tisch nicht weggenommen wird. Und es fangen gefühlt zehn Leute in den Club. George, noch ein letztes Wort von dir? Perfekt, oder? Okay, Freunde. Wir haben es mittlerweile den nächsten Morgen. Lisa. Okay, George. George, we need, we come. Happy birthday to you. Yeah, 23 year old. You soon die. Thank you. Wuhu. Yeah. Wuhu. Ladies and gentlemen. Wir sind jetzt in die, nicht Altstadt, sondern in Richtung Hafen gefahren. Hier in der Türkei, in Antalya. Weil, Freunde, bei dem ganzen Reisen, was wir momentan so ein bisschen machen, wollen wir ja auch ein bisschen, Freunde, geografisch was dazulernen. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns das halt einfach an. Schaut ihr, Alter, ihr seht es gleich, Freunde. Auf jeden Fall ist Top-1-Empfehlung, die ich im Internet gefunden habe, was man sich hier so anschauen kann. Und deswegen machen wir das jetzt, Freunde, ein bisschen Sightseeing. Darf natürlich nicht fehlen bei den Orten, die wir zu erkunden. Bam. Piratenschiff, Schiffe. Geiler geht's noch nicht, Freunde. Freunde, das gibt's nicht. Ohne Witz, das ist jetzt schon zum dritten oder vierten Mal passiert. Einfach wieder Zuschauer getroffen, alles. Freut mich, ohne Witz. Der eine ist schön am Gönnen hier, Schoko, Eiscreme. Macht ihr Urlaub, oder seid ihr nicht? Ja, mit Familie. Sehr schön, Leute. Alter, Freunde. Da will man sich einfach nur anziehen für die Aktivität, die wir jetzt gleich alle zusammen machen werden. Regt sich Lisa auf, dass ich ein Sport-T-Shirt trage. Classy-Schuhe, classy-Hose. Das ist doch ein klassisches, normales T-Shirt, oder? George, was sagst du? Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall holt ihr Ding ein anderes T-Shirt, was sie im Custom gesehen hat. Lisa, you found... Ich dachte, wir gehen wandern. Nein, nein, nein. Freunde, das ist jetzt das T-Shirt. Ich soll das anziehen. Lisa, you want that I wear this? Of course. And why not this? Of course, it's classic, classic, it's sport. Ich muss mich hier geschehen. Wie ist das, wie ich sehe? Ja, you look gorgeous. Like Russian-Model, Lisa. Very good. Okay, Freunde, ich zie mir das jetzt einmal an. Aufgeschissen wirklich, mir ist das egal. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich könnte mich mal gerne wissen lassen. I say it looks not so bad. I don't know if my eyes just not work, but... Lisa, I think you need to tell us something. What, wenn du tellst? Ich sage dazu gar nichts mehr. You want a beer? No. I give you one. No, I don't... Wait, take me one more. Thank you very much. Leute, ihr habt das gerade verpasst, aber was geht da halt ab? Was ist es mit Lisa los? Freunde, gestern müsst ihr wissen, wo wir die kleine Tour durch die Allstadt gemacht haben, da gab es ein paar Komplikationen. Das will ich auch nochmal ganz ehrlich hier sagen, Freunde. Auf Social Media sieht man oft wirklich nur die positiven Seiten so, weil obviously man hat jetzt nicht so Bock, die negativen Seiten zu zeigen. Ich glaube, ich verstehe die da. Aber ich will euch einfach, weil ich ehrlich bin, auch sagen, dass Behind-the-Scene-mäßig auch nicht immer alles glatt läuft und nicht alles Trilala perfekt ist. Dass ihr das auch einfach wisst, Freunde. So ehrlich bin ich mit euch. Es ist Lucy, Freunde. Von einem Tag auf den anderen, 100%iger Mood-Change einfach. Aber ich glaube, alle, die eine Freundin haben, kennen das wahrscheinlich. Richtig, George? Ich muss sie jetzt in Schutz her freuen, dass sie nicht oft trinken trinkt. Du möchtest nicht, was ich trinkt? Du kannst, was du willst, Baby. Es ist dein Leben. Ich habe etwas für dich. Es ist Vodka? Ja. Du hast mir gesagt, was du trinken kannst. Was für die Gespräche? Junge, Leute, jetzt wisst ihr mal, wie sie abgeht. Ich bin derjenige, der hier Eiweissshakes trinkt. Iso Clear Design Away. Und Manuel. Und die beiden diskutieren drüber, wer mehr Vodka trinken kann. Junge, junge, junge Freunde. We drive to the mountain. Yes. You will see, we drive with special airplane to the mountain. Airplane? It's not airplane. Gondola. It's a drink for the camera. I have song. You're making the vibe. Freunde, ich sehe keinen Unterschied. This now? She should get an actor. And I should get English teacher. Okay, ich glaube, ich sehe schon. George, hast du höhere Angst? Nee, du aber. You're afraid from height? I want my dream to jump in a tall building. Oh, God. You have bungee jumping. Oh, der Reiter in die Reiter ist nicht da wieder eine Scheiße. Crazy, Freunde. Schaut euch das an, Alter. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir da jetzt sind. Das wäre mal interessant zu wissen. Alter. Ich wusste gar nicht, dass es das in der Türkei gibt. Aber kein Wunder, weil ich bin, glaube ich, der geografisch komplett lossieste Typ, den man so kennt. Dass es Berge gibt, oder was? Ja, Freunde, in der Türkei. Ich habe über Türkei so mit dem Meer oder so verbunden, aber nicht mit Bergen. Dieser wird hier gerade George am Überzeugen und am Zwingen, dass sie... Sie sagt, sie kann nicht alleine trinken. George, ich verzeihe dir das nicht. Ich sage es dir ehrlich, ich verzeihe dir das nicht, George. Wir haben es jetzt auf Kamera, Freunde. George ist drunk now. Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen da oben, so auf dieser Aussichts-Dings. Und ihr habt das gesehen. Wirklich, wirklich schön, Alter. Das Meer, man sieht ja alles, die Berge, die Stadt auch. Und jetzt sind wir hier. Und zwar haben wir uns einmal das Grilled Chicken bestellt. Und den Grilled Chicken Salad, Freunde. Ich sage es euch, wie sie sich aber richtig Hunger bekommen. Deswegen schauen wir einfach. Eine cleane Variation, Freunde. Sind momentan, wie gesagt, im Aufbau. Ab und zu kann man sich da was genehmigen. Jetzt waren wieder zum Beispiel sieben Tage, wo ich nur nach Plan gegessen habe. Und jetzt halt ab und zu, wisst ihr Bescheid, nach Gefühl esse ich halt mal was auswärts. Ganz, ganz entspannt, Freunde. Und die zwei labern hier über Bier. Oh mein Gott. It's delicious, right? This just free euros, I think. And this also. Preislich hier auch, muss man sagen. Für Essen echt fair. Mmmmm. Mein Freund, komm mal. Bruder, it's also my girlfriend. Ah, they finish in the front. Das Gefühl in mir schon in dem Arm gebrochen. It's your boyfriend? One, two, three, four, five, six. Come on. Let's go and get it. Okay, let's go. Meet me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. And this is 10. Oh my God, sorry. I don't like your boyfriend. What is this? He's so strong. Okay. Makeup? Okay. Makeup? Bro, it's the best thing that you leave. Yeah. It's another. Good job. For sure, it doesn't matter. Okay, let me go. Lisa, you said you have a present for me. You always said me, but you don't like your hair. And it's helped you for a long time. You said it hurts. It hurts? No, it hurts. Ha, ha, ha. Ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. Keine Beinhaare bedeutet im Umkehrschluss minus 3, 5, 10 Prozent Körperfettanteil. Deswegen wisst Bescheid. Ich feiere einfach den shredded look. Digga, ich habe eh nicht mal Haare. Baby, I don't have hair. I shaved two weeks ago. It's enough. For you, this hair is already this hair. It's already urweiter. You're nervous? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht wehtun. Aber ich weiß nicht, ob ich mich... Ah! Nein, nein, nein. I don't know how it works. Before you do something, okay? You tell me when you do, okay? Okay, start. Ah! No, you need it. Now don't say I'm always scared. It's scary. When I only have one, it's okay. Because you do, chick, it really hurts. And then I know it was just one, but we have two. Ja, but two reichen nicht, weil du musst alles machen. Du hast uns zwei Quadrate, das bringt ja nichts. Schaut noch beschissener aus als dann jetzt. Ja, we need to do the whole leg, right? No, we have. Yes. You do fast and everything. Not shh, shh, okay? Full power. Okay, es geht aber. It's not... It's... 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 Oh! Soll ich einfach ein scheiß Quadrat auf meiner Warte? Oh! 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 Es ist ehrlich nicht so schlimm, weil ich will es auch nicht übertreiben, Freunde. I look like clown now. You always look like clown. Ah, du wirst. Ah! 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 Look, look, here. It's man or has. If you want to buy, text me. It's three euros. Oh, really cheap. Can you also do that ball sack? Ah! Bro, that's the end level. I think when I do this, him, he... My sister do me this and I say, fuck you! Don't do this. Ah! Now it's over. No. No. This is for you. It's present from me. I don't... I have an idea, guys. Oh, yes! Oh, yes! 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 I won't do this! Freunde, George will die sterben. Baby, I think for me it's not so bad. Because I have... Yeah. I have small hair. I think for George it's the endgültige Vergeltung here. Okay, guys. Here, please. Where did you say it's heavy? I think it's heavy on the top of the leg. I don't know why. How do these people say George? One or two? It's just one square. Yes! Wait, I'll take a seat. Maybe I'll pass out. George, what? It's not so bad. I swear to you, it's not good for me. Hat es dir gar nicht wehgetan, George? Null. Was ist bei mir los, Junge? Bei mir hat das schon wehgetan. Really do this. You have hair here. Woah. You want? Yeah, okay, let's do it. Man, warum entscheut sie das so? Ich versteh das nicht. Woah! You're crazy. Woah! Woah! George! Woah! You feel so pain, I think. You think it's pain? No, really? Fuck! Woah! Woah! Is it pain? No, it's not pain. I have no pain. Woah! Freunde, und jetzt hat dich George somit geoutet. Er liebt es sich selbst Schmerzen zuzufügen. Es ist nicht gut auf jeden Fall. Das ist geil. Hahaha! So Leute, es geht jetzt auf jeden Fall gleich ins Gym. Wir haben ein neues Gym heute rausgesucht. Der Kollege unten an der Rezeption hat uns gesagt, da trainieren die Professionals. Ich bin gespannt. Davor übergebe ich aber George noch eine Ladung an Subs. Da ist Vitamin D dabei. Athlete Stack, Ashwa Pro, Immunity Support. Alles mögliche. Weil George war gestern ein bisschen kränklich so mäßig. Und trainiert heute auch noch nicht mit. Und an der Stelle will ich euch daran erinnern, Freunde. Wir haben gerade eine geile Aktion am Start. Wirklich lohnt sich verdammt heftig. Und zwar 20% 20% auf alles, Freunde, könnt ihr mit Code Manuel bei ESN sparen. Deswegen unbedingt auschecken, Freunde. Lohnt sich. Und es ist auch ein neuer Designer-Way rausgekommen. Und zwar Carrot Cake Geschmack. Wisst ihr Bescheid, Designer-Way, geil ist das Proteinpulver. Nehme ich hier immer mein Rice Pudding mit rein und so weiter. Also checkt einfach den ESN Shop ab. Mit Code Manuel spart ihr immer maximal. Das heißt, nutzt den Code, Freunde. Auch übrigens bei den Klamotten, weil viele immer fragen, Hank Tops ist von O.A.S. Hose von O.A.S. Ihr wisst Bescheid, auch da gilt mein Code Manuel. Wissen, glaube ich, noch nicht mal so viele Empfehlungen von mir. Geht das? Alle auf einmal. Ich schlug auch immer gefühlt 30 auf einmal. Lisa, also takes now all my Supplements every day, right? Yes. Now you take one week Kreatine, I think. You will see, you will be stronger and more muscular. Okay, perfekt. Ab ins Gym. Okay, Freunde. Im letzten Vlog haben wir zwar auch wieder Push trainiert. Heute ist auch wieder Push an der Reihe. Ich bin heute aufs Training. Wie gesagt, wir sind in einem anderen Gym als letztes Mal. Und ich finde sogar, das sieht echt geil aus. Bei den Gyms, die wir bisher waren, das ist auch auf Insta meiner Story gesagt, das waren so Commercial Gyms. Man kann da trainieren, versteht mich nicht falsch. Aber ich feiere es einfach mehr, wenn ein bisschen mehr, keine Ahnung, so dieser Bodybuilding-Vibe dabei ist. Und der ist hier, finde ich, für mich persönlich definitiv ein bisschen mehr einfach am Start. So, deswegen kann ich da mehr pushen. Ist ja auch noch eine Kopfsache, aber für mich ist es einfach geil. Ich weiß nicht, mich motiviert das mehr. Auch wenn man überall trainieren kann, rein theoretisch. Ich habe heute auch übrigens von meinem Coach den Gameplan bekommen, was meine nächsten Cut slash Diät angeht. Stay da tuned. Ich kann euch bald genauere Infos geben. Jetzt halten wir es auch ein bisschen Geheim, Freunde. Aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich extrem drauf, einfach wieder in Shape zu kommen. Ich kann ich auch noch nicht Pepyspaar sein. Die sind schon malIR transplantiert. Aber nein, schauen auf1st. Gutes Gym, ist geil, positiv überrascht, ich hätte nicht gedacht, ich habe es schon ein bisschen aufgegeben gehabt, die Suche, Freunde, aber Endlevel Gym, richtig, richtig geil. Die Trizepsübungen, die ihr gerade gesehen habt, Endlevel, Real Rap Endlevel, probiert die Aus, Freunde, ihr habt auch da wirklich fast keine Belastung auf dem Ellbogen, weil ihr einfach schön eingeloggt da seid und einfach nur so ein Trizeps drücken könnt, andersrum als bei dem hier, ich habe von dieser Übung auf eben diese Variation jetzt gewechselt, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der einen dicken Trizeps bekommen will. Du hast keine Haare, Baby, ja! Eeeeh! 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 Eeeeh!